Ich finde, wir haben gestern gute Leistung gebracht, gut gekämpft. Viele Sachen haben wir auch umgesetzt, von dem, was wir trainiert haben. Leider verloren mit acht Punkten, aber die Leistung war sehr respektabel. Vor ein paar Jahren wären wir glücklich und froh mit so einem Endresultat. Jetzt sind wir so weit, dass wir nicht zufrieden sind. Wir akzeptieren die Niederlage nicht und das heißt, wir machen klare Progression. Wir werden auch gegen Bulgarien probieren, alles zu geben und spielen auch auf Sieg. Es war von mir aus gesehen grandios, wie die Mannschaft reagiert hat bei Rückstand von minus 18. Das hat uns viel Kraft gekostet, aber es war auch eine geniale Teamleistung. Es macht Spaß, wenn man sieht, wie das Team kämpft. Das ist eine gute Motivation für das nächste Spiel. Ich wollte dir eine rote Karte geben, weil du keine Hose gehabt hast. Du warst spät beim Interview, aber du hast dich verbessert. Du bist ein sehr guter Junge und ich glaube, du bekommst keine rote Karte. Also darfst du bleiben. Du bist ein sehr guter Junge und ich glaube, das ist das Schmerz. Du bist ein sehr guter Junge und du bist ein sehr guter Junge. Merci.